Mit Holz kann man Träume bauen. Mit dem Schmuttertal-Gymnasium Iggydorf hat der Landkreis Augsburg einen solchen Traum gebaut. Die Architektengemeinschaft Professor Nagl aus München und Professor Kaufmann aus Donbrenn war für unser Modellvorhaben der ideale Planungspartner. Entstanden ist eine richtig innovative Lernlandschaft. Eine Schule im Plus-Energie-Standard, die im Gebäudebetrieb mehr Energie erzeugt als sie verbraucht und die durch die Holzbauweise auch CO2-neutral ist. Wir sind stolz darauf, dass wir im Bildungsland Gräs Augsburg mit dem Schmuttertal-Gymnasium eine energetisch optimierte Schule realisieren konnten, in der das Lernen in pädagogischer Architektur Freude macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017